Hornburg heißt meine schöne Stadt. Sie zeigt, was sie zu bieten hat. Seit über tausend Jahren schon steht unsere Burg auf ihrem Thron und schlägt die Uhr zur Abendstunde, gehe ich als Wächter meine Runde. Für mich ist das Besondere an Hornburg diese wunderschöne kleine Fachwerkstatt. Die Stadtmauer ist ein romantischer Platz für junge Leute. Man kann sich hier amüsieren, man kann sich verstecken, man kann ein bisschen schmusen und man kann auch wunderschön essen gehen. Das Storchenhaus ist eines der schönsten Häuser bei uns hier mit in Hornburg. Es hat den Namen bekommen, wie ihr das dort oben seht, da ist ein Storch reingeschnitzt. Und der Storch war vor 500 Jahren das größte Fruchtbarkeits- und Glückssymbol. Hüde wacht bekennt gemaket, dat niemand in die Ilse kaket, morgen wacht gebrut. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, uns zu besuchen, dann geht einfach ins Internet, Hornburg erleben, besucht uns, ich freue mich auf euch! Ich bin gemaket... Untertitelung des ZDF, 2020